ja hallo und willkommen zu einer runde minecraft minigames diesmal mit matthias wow hallo ich bin hinter dir achto ich hab jetzt noch auf md geht zu dir perfekt dann lass uns mal irgendwo hinlaufen äh du gehst voran äh ich hab ja ich hab die klasse bergsteiger geiiiil das ist 5 minuten zeit dir ne klasse auszusuchen ich hab als letztes eben gelesen dass die klasse daneben kill du mal die kuh ich mach in der zwischenzeit schwerter obwohl es umgekehrt besser wäre weil ich bin zauberer fällt mir grad ein ja du bist so anleitend ich bin komplett ich auch na ja du hast jetzt schon viele runden hinter dir ich hab das jetzt nur einmal gewonnen ja das kann doch damit zu tun aber du hast schon einige runden hinter dir was hat denn das eine mit den anderen zu tun so wie sehen die kuh aus Die, die Arme, die lauft gerade noch mehr weg. So, jetzt haben wir unsere Eskleich-Masch-Dein. Weiß ja nicht, irgendwie ist komplett, irgendwie die komplette Web leer, oder? Wo bist du denn? Ich glaube, ich bin von dir. Oh. Da, komm mal mit. Also, ich geh jetzt darüber zu dem Berg und hol mir mal ein bisschen Stein. Wege Schwerter. Folge dir dann. Gib doch jetzt mal. Könnte mir schon theoretisch einen Helden-Brown auslesen. Warum steht ne Kuh mit? Jetzt wollten sie sich retten. Machst du mir mal ein Schwert? Voll in Arbeit. Wo bist du? Ich bin nehm dir. Hier ein Schwert. Well. Ja, jetzt kannst du hier noch was craften, wenn du willst. Äh, ja, eine Spitzhacke wär noch schlecht. Äh, nicht schlecht. Äh, ich hab nicht mal Holz. Ich meine, ja, mit deinem Lederzeug kannst du jetzt noch was craften. Ja, aber sonst wär doch. Willst du den Helden-Brown eventuell? Mir egal. Kannst du ruhig nehmen. Holz hab ich mir nicht gedacht. Du willst dir ja auch nur ne Dings-Craften, hab ich gedacht. Ja. Also ne Spitzhacke brauchst du eigentlich weiterhin nicht. So nicht. Hä? Brauch ich keine Spitzhacke. Was willst du denn jetzt mit ner Spitzhacke? Ah, weiter sein. Mach dir erstmal nützchen. Ja, mach dir erstmal nützchen. Ja, mach mal schon. Da war jetzt Über Krater. Wo hast du jetzt der Stein her? Ich hab Stein mit Tagger von Reisen. Ähm, wollen wir uns jetzt erstmal hier wegbewegen? Jetzt stehen ziemlich nah am Spawn und... Nein. Du bist der erfahrene Spieler, nicht ich. Nehm doch die Kühe mit, die hier so rumstehen. Eigentlich komm ich jetzt glaub ich nicht dran, oder? Komm ich halt nicht zu weit? Gern. Ne, die Bank. Ich seh immer gar nichts. Ach so. Ja, lass uns mal da rüber gehen, irgendj- Denk dran, ich hab auch leider ge- Wir können auch da hoch gehen. Also, wir können auch ganz gerade runter in den Berg rein. So ist es Wasser, ja. Hm. Ja, wenn wir jetzt ne Schlucht hätten, das wär natürlich edel, ne? Jo. Ich seh nichts. Ich glaub hier ist nichts. Bin mir aber unsicher, weil das schwarz bei mir ist. Hm, ja. Jetzt seh ich's auch. Ja, ich weiß jetzt nicht. Berg hoch? Du hast hier leider... Au. Ja, gut, du fällst gut. Ja, theoretisch können wir Berg hochgehen. Ach, da bist du doch schon. Jo. Dann gehen wir Berg hoch. Hallo? Hallo? Dann leider mal los. Schon. Arbeit. Warte. So kann ich keine Leiter nachzudenken. Hast du das Fleisch eingesammelt, ja? Keine Ahnung. Ah. Hallo? Ich glaub fast du hast das günstiger, oder? Ja. Geht schneller. Komm, ja, oben liegt Schnee. Wow. Ja, Schneebel, das ist ein Clown. Aber wir haben kein Eimer. Was willst du denn mit La... Achso, wegen Lava. Hä, wie macht man denn Schneebel? Ich glaub mit ner Schaufel, oder? Genau. So, ich würd sagen, hier oben können wir uns eigentlich erst mal... Dings... N-N-Dings hinstellen. Was hast du denn? Du hast du Holz? Oh jees. Ich hab das Holz. Das ist... Das ist mir erst mal unser Fleischbrot. Ja. Ich hab dreimal Leder, und du? Ja, äh... Auch dreimal Leder. Da können wir noch ein Hütchen machen. Ja, aber dann. Wieso setzt du dein Hütchen nicht auf? Bitteschön. Hab ich vergessen. Ich hab grad gedacht, da kommt jemand. Lass mich mal das Fleisch... Hinter dir! Hinter dir! Zu spät. Scheiße, ich bin auch tot. Toll. Oh ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Au.